In diesem Video heute zeige ich dir, wie du einen Outside-Node, also einen Außerhalb-Bereich eines Nodes erzeugen kannst, hier in DaVinci Resolve fürs iPad. Von was spreche ich? Stell dir vor, du bist hier auf der Color-Page von DaVinci Resolve und du hast zum Beispiel ein Window gesetzt oder vielleicht die Magic Mask verwendet, wenn du die Studio-Version hast. Dann haben wir jetzt ja hier einen Bereich gewählt und alles, was ich jetzt ändere, würde direkt nur hier auf dem Bereich angewählt werden. Was, wenn du jetzt ein neues Node erzeugen möchtest und du möchtest jetzt gerne genau das Gegenteil auswählen, also alles außerhalb dem inneren Bereich? Das kann man natürlich folgendermaßen machen, du könntest jetzt hier zum Beispiel in das Window gehen und anstatt das Innere auswählen, könnte ich hier draufklicken, dann ist das Äußere ausgewählt. Aber was, wenn ich dieses Node mit dem Auswahl, mit dem Fenster genauso behalten will, aber ich will nicht ein neues Fenster kreieren? Wie kann ich das machen? Und dafür gibt es eine Funktion und die nennt sich Outside-Node. Problem ist aber, hier am iPad können wir diese Nodes aktuell nicht hinzufügen, wenn wir nur einen Touch haben. Also wenn ich zum Beispiel hier jetzt Rechtsklick mache, dann gibt es jetzt hier nicht Node hinzufügen. Wenn wir aber am Desktop gucken, hier ist Desktop DaVinci Resolve und ich mache Rechtsklick hier auf so ein Node, dann gibt es hier Add Node und dann siehst du hier die verschiedenen, die man hinzufügen kann. Auch den Add Outside Node. Übrigens, den Tipp für das Video von heute habe ich von einem aus unserer Community und zwar Chris, der hat mich auf das aufmerksam gemacht, denn er hat mir gesagt, hey, schau doch mal das Video von Jason an. Jason hat vor zwei Wochen nämlich folgendes Video veröffentlicht. Discover the Incredible Outside Node in DaVinci Resolve 19. Danke Jason, wenn du DaVinci Resolve für Desktop lernen möchtest, schau dir auf jeden Fall seinen Kanal mit an, ist auf Englisch. Wie können wir das Ganze jetzt aber am iPad machen, weil uns genau das hier fehlt, Node hinzufügen. Aber kein Problem, wir können das folgendermaßen machen. Wir können in das Shortcut-Menü gehen, Option, Command und K. Du brauchst dafür eine Tastatur. Wenn du keine Tastatur hast, ich habe hier ein Video auf meinem YouTube-Kanal, wo ich dir zeige, wie du auch mit einer Bluetooth-Tastatur für dein Handy, sowohl Android als auch iPhone, kannst du zum Beispiel alle Pages auch freischalten, weil du eine Bluetooth-Tastatur verwenden kannst. Das heißt, wenn du solche Sachen hinzufügen möchtest, kannst du auch mit einer Bluetooth-Tastatur arbeiten auf deinem Smartphone. So, und wenn wir jetzt hier reingehen und untersuchen, geben wir jetzt mal ein Hinzufügen, hinzu. So, und wenn wir hinzu eingeben, dann finden wir hier Farbe und Nodes. Wenn wir das aufmachen, dann sehen wir all die verschiedenen Varianten, wie man Nodes hinzufügen kann. Es gibt die normale Ebene Node, es gibt Outside Node, also Option und O, das ist das, was wir brauchen. Parallele, Serial und so weiter und so fort. Gehen wir mal hier raus. Das Problem ist, am iPad gibt es hier oben drei Button. Das ist der normale Node, okay, der funktioniert. Es gibt den Parallelen Node, der funktioniert auch. Und es gibt den Serialen Node, aber leider nicht den Outside Node. Ich hoffe, dass Blackmagic das bald hinzufügt, dann kann man auch einfach hier oben draufklicken. Aber du kannst einfach Option O klicken und jetzt haben wir einen Node, wo alles ausgewählt ist im äußeren Bereich und nicht mehr im inneren Bereich. Und so fügst du das hier mit zu DaVinci Resolve auf dem iPad hinzu. Ich hoffe, du hast was gelernt. Ich bin Daniel. Wenn du neu auf dem Kanal bist, dann herzlich willkommen auf dem Kanal. Hier geht es rund um DaVinci Resolve. Wenn du DaVinci Resolve fürs iPad lernen möchtest, habe ich auch eine komplette Masterclass erzeugt. Vom Beginner zum Pro, wo ich dir alles zeige. Alles, was es für DaVinci Resolve am iPad so gibt. Auch die versteckten Pages und die Sachen, die du eben machen kannst, die man sonst nicht machen kann, findest du hier in der Masterclass. Schau dir gerne mal den Link hier in der Beschreibung an. Und wie gesagt, wenn dir das Video gefallen hat, gib uns einen Daumen hoch, abonnier auch unseren Kanal. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich bin Daniel. Mach's gut. Ciao. Ciao.